Ich nicht Airwaves, durchgestartet Hat er uns ernsthaft beide getakehold? Hat er dich gebollert? Slack glaub ich immer noch Slack glaub ich immer noch Nicht? What? Wo ist der Loot? Freust du dich? Jungs ich bin so stoned Ich bin blau Digga ich bin so stoned Tadu bitte clip Bitte clip das nicht Das wird geklippt Tadu ich möchte den Airwaves clip bitte sehen Geile Bitch wird weggedippt Mit nem nicen Iceberg am Schwanz Oh 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 Die kommen wahrscheinlich jetzt mit mir Hallo ich kann hier kein Geld placen so jetzt Jetzt dürfte er eigentlich komplett gecaged sein Der ist auch komplett gecaged Ich hab noch ein paar Schockdarts also ich könnte mit Schockdarts auch noch drauf schießen Ja mach das um die Torpower hochzuhalten Und irgendwann muss neue holen Ne 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 die Torpower ist schon komplett wieder runter Ich weiß trotzdem jetzt Jetzt habt ihr wieder ein bisschen Halt das Ding ist die werden unsere Tame up to five Halt hier wird her gesniped hier wird her gesniped Halt Ihr müsst dann einfach nur graben wie eine Western Hab ihn hab ihn hab ihn nicht Hab ihn hab ihn hab ihn nicht jaaaja Das war jetzt gerade auch nicht, dass es besser wird, ne? Das war der schlechte Eindruck. Warte, wo sticht der Scheiß-Tipp? Digga, ich lieb's, dass die so kacke Wendekreise haben, Digga. Ich provoziere den richtig, Alter. Bist du gestorben? Nein, ich hab seinen Scheiß- Ich hab seinen Scheiß-Piep gekillt. Seinen Scheiß-Piep mit, ähm, warte mal. Digga, was? Das ist Gummibamband, ne? Das ist, äh, Pfirsich und so. Die werden definitiv wiederkommen. Hab ihn gekillt. Ach du Scheiße, ist der stacked? Digga, der hatte so viele... Okay, ne, warte, sie können die, sie können nicht mehr, äh, sie können den nicht mehr, äh, kriegen den Giga. Ich hab seine kompletten Traps. Hast ihn gekillt? Ja. Ja. Ja, der hat mein... Ich bin bei 30, 40. Hier oben auf dem Berg sind sie halt. Über dem Aberration-Eingang? Äh, kann sein. Ich hab mit den einen Typen geklaut. Äh, 29... Äh, 49 jetzt ungefähr. Mein Beat ist halt jetzt fast gleich tot, nur so. Ist das eigentlich für ne fette Cave neben dem Metal-Typen? Ja, ich seh euch da unten. Wo ist der Typ? Hier, hinter dir, hinter dir, hier! Der geht auf den Mana. Glaub ich. Hab ihn. Hab ihn gedroppt. Fick ihn. Hab ihn nochmal. Der hat keinen Fallschirm, wenn ich's nicht gesehen hab. Ja, lol, er ist tot. Leck. Tag du den Giga, ich, äh, tag heute deinen Typen. Wenn ich ihn finde, heißt das, was du hier. Ich bin dauerhaft hinter ihm. Hatte ne fette Sniper an. Der hüpft die ganze Zeit hin und her. Ja, du musst einfach... Hab ihn, hab ihn, hab ihn runter. Wo? Hier, hier, siehst du mich? Ich hab ihn noch in der Hand. Ja, grab, lass ihn fallen. Ja, der hat eh Fallschirm, also das lohnt sich nicht. Lass ihn doch einfach fallen. Hab ihn. Bola. Ich hab ihn getakeaulted und weg jetzt. Der Spieler ist auch im Wasser. Warte, ich probier den zu grabbeln. Hat einen runtergehauen vom, äh, Pete? Oh, fuck. Holad mal bitte den Pete von dem. Der steht auf dem Giga... Oh, fuck, Alter. Mein Pete ist tot. Wenn jetzt noch jemand kommt, bitte mit, ähm, Flashbangs kommen oder so. Woher? Wir sind da zwei. Wir haben sie überall in der Base, sind die. Pull die einfach. Sind die auch oben in den Pflanzen, Cropplots? Ja, da sind die ja her. Ja, deswegen mein ich nicht. Der bezählt den Giga, der hat safe den Ding ins Giga gerührt. Hey, der, der, der Typ auf den Giga, der hat zwei Kids immer getan, ey. Der hat die Kryon grad den Giga. Hä? Ist der gemashed, oder was? Bei Clapp ist einer, bei Clapp. Bei Clapp. Der, der... Jungs, denke ich, der ist gemashed. Tot, tot, tot. Clapp hat einen. Ja, nice. Der hat den getrühtes, äh, Rhino. Uh, die wollten uns umbringen. Meine Mädels. Wer ist denn das? Ich hab nix zum snipen, leider. Hat wer noch Fab-Snapper haben? Ich hab nur noch 60 Schuss, ist das Problem. Ich hab weniger sogar. Ne, 234. Ja, läuft noch einer. Ja, ja. Zwei Hits. Drei Hits. Wo läuft er? Der ist grad in die Welt angenommen. Ja, ich hab den nicht angenommen. Nackt. Lass den vorderen Gacha snipen, okay. Ah, Gacha tot. Hinten läuft einer. Oh, püpte, püpte, püpte. Wir brauchst, wir brauchst, wir brauchst, Jungs, wir brauchst, also die, die auf dem Boden sind, wir brauchst. Wo ist denn der? Wir brauchst, wir brauchen den, wir brauchst, wir brauchst. Hab's dein Pee gebohlert? Hab's ihn? Habe ihn weggezogen, hat mich angezündet. Ich führ's sein Pee, hab ihn gebohlert. Lass dich, lass dich. Alles gut, alles gut. Jürgen, das ist wieder original sein Glück, ich bohler den Spiel, ich bohler den Spieler, zünd den Spieler an, was passiert, ich krieg den Köln nicht. Ja, bringt eh keine Points. Warum ist Justus auf einmal so pink, der war eben nicht pink. Aber der hat gerade ein Candy bekommen. Ja, ich hab ihn gegeben. Ja, gib ihn. Das Schwert, was ich hab, hat halt 700 Dinge. Hey, das ist Baby Giga, Baby Giga. Einfach, komm, was bleiben. Da hinten links. Da liegt da hinten am Feeding Schiff. Warte, ich guck mal. Ah ja, da ist ein... Oh Junge, ich hätt mir ne Sniper holen sollen, oder so. Ich hab nix zum Sniper. Ah, ich hab einen Ersatzsniper, willst du haben? Gib mal, mit bisschen Money, bitte. Hier. Ey, da ist einer, ich hab einen Feeding Schiff. Ach so, ach so, ich komme. Den Typ mit deinem Feeding Schiff hab ich schon so oft gehebtet. Der hat auch keine Rüstung mehr. Da ist Sniper drin, ich kann dir aber nicht viel Money geben, ich kann dir nur 50 geben. Ja. Ich hab selbst nur noch 100 auch noch. Hol dir einfach aus dem Ding raus. Danke dir. Habe ihn gekillt. Was? Schieß nur Trottwende, ja. Clep, was würdest du machen, wenn ich dich jetzt in die Turtles grabe? Ich hab ihn ja wohl auch noch erst mal auf die. Er ist freiwillig den Tribe gelieft. Jungs, wir können einen neuen Rekrutieren, ne? Oh ja. Hey, mit was schießt du? Oh, wir tun wir auch fast. Trottwenden, Mann. Ich hab keine Mäliezumme. Da hinten, auf dem Velo. Bunny Dodo, er snippt die ganzen Bunny Dodos. Jetzt sind halt nicht... Ich hab ein bisschen Munition ab, Jungs, bitte. So, komm her. Ich hab gar keine Mäliezumme. Ich hab gar keine Mäliezumme. Hast du... Das snippt einer. Nein, nein! Du dumme Sau. Du dumme Cracknote, du. Komm doch hoch! Beim Feeding Truff, beim Feeding Truff. Beim Feeding Truff, beim Feeding Truff. Ich hab eins auf Ziepen. Der liegt da neben der Magpastor-Leiche. Ein Held, tot. Ist tot. Ja, aber lohnt sich das denn jetzt für euch? Äh, bisschen lustig, ich dich das. Paar Kids sammeln. Paar Kids kommen. So, ja, ja. Alles in zwei. Solche, ich solche mal. Ja, wir brauchen. Ja, wir brauchen. Lass ihn, lass ihn. Lass ihn gehen. Lass ihn gehen. Lass ihn gehen. Warte, ich whip euch. Du musst es eigentlich kommen. Juni, hör doch auf! Ich krieg an Tenny, du bist so'n Spast, Alter! So, flieg schnell weg. Du hast den Beat getötet! Du bist so dumm, Alter. Ohne Spaß. Was soll das? Ey, ich war in der Base. Ich konnte gar nix machen. Ich war in der Base. Ich konnte doch gar nix machen. Was soll ich jetzt dafür können? Was hat der gesagt? Famsklamm? Ich hab keine Muni mehr. Ich würd den so wegsnipe jetzt. Junge, lass ihn doch in Ruhe, Alter. Alter, wie hochensöhne wir eigentlich sind. Er tut mir mal voll leid. Anklebt mal bitte n Pete für die. Nein, Mann. Tim! Ach, Mann. Ach, Mann. Ach, Mann. Es ist...